ja die jahre leute und herzlich willkommen in seiner weiteren folge pvz heute wieder mit markus und und sein die starke der russler er hat schon mal dass ich wieder ein ein magser genau so viele punkte wie ich das hört sich doch fair an warum haben wir die punkte wahrscheinlich weil der ding schon wieder zerstört wurde na ja wir mal wieder hier mit naja ich weiß nicht ob es der schlechteste ist aber auf jeden fall derjenige mit der niedrigsten feuerrate schauen ob was wir mit ihm reißen werden und da bin ich auch schon tot nachdem ich den ersten tier gemacht hat und der mit 16 hp überlebt hat das sieht man halt wir machen halt wirklich echt wenig damage nebenbei wiederbelebungen verhöhlenen flaggen zum nächsten das ist so ein bisschen auf die mission da ist der täte korte weg alter stürme alter die stelle aber nicht ja deine waffe ich sache der ist meiner Meinung nach der schlechteste aus der freilich weil einfach die waffe extrem wenig der mensch macht also für deutsch war es acht der mit für der feuerrate schon wenig oder ist so der dass das wird er mit die welche aber trotzdem hier ist gemacht und hat die andere eingebauter der Männer immer noch mal festzuhalten man hat mich noch kittig zum dumme sie doch so langsam hat okay ich hab wohl wieder eingeholt wurde direkt vor dem vor das einblumen ausgewerts mich trott das magst du halt das hat sie mehr punkte wie ich würde vor der bisschen geraget hast naja viele es ist gewacht wahrscheinlich wahrscheinlich mindestens 1 oder 2 er zwei oder drei fast für die punkte her du kommst nicht aus unserem sport heraus was das hier schon wieder für Scheiß Team die Wunnenbombe die Sorte die Wäsche war wieder richtig im Bett schlecht der Werbung wohl die ersten Garten so ist aus die Tischen Lüse also bisher sieht es ja ich würde ich aufgeben ich werde weitere Ränder war naja das was wir stehen hier abzieht das sieht so aus als ob ihr wach das hat ich die ziemliche Soloaktion durchführen müsste und da wieder ein kill gemacht der feindliche Abschlussserie gestoppt als der Splash damage hat auch Vorteile war die Zerstörung lassen wir haben so langweil mich her die zukunftschrot ja der zähler hat mich im selben Moment weggeholt mit Davide ich sag mal genau dasselbe Typ so ne Wichser der ist ein Scheiß Teleporter der Hunde ja wir wissen einfach den Garten Scheiß auf den Teleporter das sind nur drei Leute im Garten den können wir checken die hocken alle auf dem Dach oben ist hier doch nicht mehr direkt im Dings drinnen jetzt gehen wir mit soviel Zombs hier hoch das wird jetzt schon was schlackenzombies muss ich doch beschwört zack Wicht der Wicht hat eingefetzt und ein Bode in mein Gesicht kannst du mich holen was ich warte wo bist du direkt am Eingang na das wird schwer ne ich auch gleich doch eigentlich ein Tod ich würde es zugebehebte all davon aber wir capturen wir capturen mal sieht auf jeden Fall schon mal aus als ob wir nicht den ersten Garten verlieren zumindest nicht den ersten Garten aber im zweiten ja wahrscheinlich weil du hast natürlich viel weniger Zeit also beim ersten äh beim zweiten Garten wär jetzt dann die Zeit so langsam rum ja und der Wichtkick fetzt wieder eine von den Zornblumen weg die zweite weggetackelt damit habe ich es hier geregelt komm jetzt sei hier er macht einfach zu wenig Schaden das ist nach der Wahl e er hat was sie der Dreierkistiker abgezogen obwohl ich einfach ja hier wird die Welt die 0 3 gegen mich und scheiß jahre Kaktus und ich wollte er möchte sie immer doch auch da hinter dem Fahrzeug ja ich weiß nicht ich hab vierkistiker da jetzt soll er ja das soll er nur ja ich weiß das so komm schon dicht kriege ich weg alter der Beweich ist einfach durchgeflogen was ist das hier für ein Lack ja okay habe ich trotzdem gekippt oh hinter mir ist scheiß da ist der scheiß typi der Laser Kaktus ja zukunftsfakt was meinst du ja zukunftskartier wird sein Laser schort verstanden Ficky jetzt ich habe ihn 3er Kistik schon wieder was und ich hab die Kaktusdröde von Wille geholt habe ich auch schon zweimal gemacht das ist mit dem hier war ich gar nicht so einfach ist immer noch einfacher wie wenn man die Erbsen wäre aber trotzdem gehört also von der äußers her ist er auf jeden Fall der schwierigste um was runter zu holen und weil hinter mir ist einer Stahl was der Typ Herr Wäschler wird sie wohl 30 und hat seit einem Solarstrahl verbraucht und nicht um 30 Leben zu töten okay der hat auch weil wir ewig gehabt glaube ich alter Werder hätte der Käpte ist mit seiner Scheiß das Feuer vor der Bluwe Nein hier heute Technik gemacht und er kommt es mit mir vor wie dieser Scheiß sein das ist klar hätte zwei Küste machen können aber nein kann sich mit der Scheiß Kartoffelmine okay wir hätten lange verweiligt und gehabt ne irgendwie so ein bisschen gerade bei kann auch nicht schnell laufen und seitdem ist eigentlich so dabei Teleporter steht jetzt geil ja die war halt diese Scheiß Plasma Erbsen von den los jetzt hier dann wieder alle mit Plasma Erbsen rum so Decke holt äh weißer Anschlag und große Chilibode im Garten April ja ah stirb boah diese alter diese Sonneblume ist einfach so fäh boah Sonneblume und Drohne greifen mich gleichzeitig an du hast einfach keine Chance aus ja und der TP ist schon wieder weg ich hätte die mal gehabt zu haben das ist wirklich viel im Garten haben wir jetzt auch nicht gerissen ne ne ich bin nicht nicht das war ja ich beide gleichzeitig mit all stars drin war das ist erbärmlich ja 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 herr abschluss her so okay zählte es auch noch ein klüter wird wo ach komm nach komm alter hier hat man mal gesehen wie schlecht manche leute ist da ist die schlappe der frisst nicht und verwirte der fußsoldat steht neben mir der fußsoldat schau die schlappe an schaut wieder weg und warte bis der garten eingenommen wird der schlapper schluckt mich und frisst ihn auch eine zielbäude steht ja ich bin schon wieder vorne ich verstehe im laufe der wurde gar das wieder aufgebaut was soll die wissen die der dach mal wieder vier da oben hier ist als würdest du wie die gärten wenn ich schon sonst nichts auf die reihe kriegen jetzt wieder dieser scheiß jahre kaktus diesmal pick ich wieder war so endlich erzfeind bezogen 9 ich habe schon wieder eine 2er serie unten verbündeten das leben gerettet weil wir die zukunftsschule meine fresse ja der steht da vorne im tunnel drin ich habe wieder aufgesehen aber da ja was über verdäht der da warten sie haben mich verdammt der rugby stars zu tun die op machte aller zeiten ich habe keine chance gegen gibt es ist so pieni gegen mich ja weil die rumhüpferst du keine chance als rugby weil deine feuerrat ist viel zu niedrig denn es lässt er verspricht dir nichts wenn sie hüpfen müssen aber schädig so was abzieht schnapper und sonneblume gleichzeitig und dann deshalb wäre er und wurde leute die gartenreiber kommt ein schnapper eine feuerste blube und bis um ihre bunde das ist was macht eigentlich unser team wenn es schon nicht rein rennen soll es zumindest die gegner ablenken fände ich interessant wenn ihr das machen wird doch sehr nett verledet um und nähertet der fixer um das heißt es gibt ja ja natürlich xx jahr war er trüger null leben verloren ja er hätte ich nicht nur darüber kriege ich einfach nicht dauert die heiße gegenseitig und ich krieg sie es ist sehr unbeziehbar für mich die er ist hier beide weg geholt das leben der hier soll es mein leben hinstellen hier da ist schon neben mir auf war muss hier bitte leben da war leben neben dir halte habe ich jetzt mit diesem multi täglich getötet ich habe drei mal punkte für multi täglich bekommen obwohl ich in dem stamm am bund war also ich habe getekelt aber ich habe eigentlich nur den schnapper getroffen und nichts anderes fiktig stirbt 3 bei jetzt aber der gab sie gerade geschwächt ich weiß nicht nur wir da hinten mit weggekickt und der da hinten auch die bambus rube wird direkt deziviert und dann bauen wir das hier zu 3 der die 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 es ich habe gar 16 schaden gemacht wie geht es so was abschlussserie 3 hier freut man sich echt über jede kurzabschlussserie 4 schon wieder so ein scheiß solarstrahl da oben yes 3er der ist afk 4er du hast die schnappe ich wäre flacken zur wies er kam der bode nicht witzig hier mit diesen scheiß heißen nein die gibt es weggeholt 5 abschlussserie alter und immer noch 150 live erlaubt eine 4er wo ich von von topflats weggeholt und behindert ja ich kämpfe schon wieder bei liga gegen zwei fucking sony blue wird so sechster serie greifst du mich wieder von hinten an die piste alle bm 2 nur ein das ist die ganze familie vor mir nicht sehen auch scheiße fack allah so jetzt bin ich tot achte die die warte wieder übelst den rave am teleporter mit vier pflanzen steht ja teleporterung ich würde sagen das unterbinden wir jetzt mal oder mit dem wir einfach den anderen weg laufen und die garten kämpft wie halt immer wenn sie so dumm sind und alle am tp rumstehen wobei sie trotzdem noch drei stücke im garten die sind scheinbar die hälfte am tp und die hälfte im garten von arbeit er zwei wieder weg jetzt verdient und der kick hier auch noch mal schön aufgeräumt und ein tägliche hinterher und jetzt haben wir die garten ziemlich gut geklärt alle arsch ist erst so hier hat es wie gegartig gemacht da kann ich so werfe aber ich hatte garten gelehrt das ist doch die hauptsache 25 kills habe ich und ich bin fast besser damit und das team ist wieder viel kleiner deswegen ist er auch so schwer zwei leute weniger kann eben noch drei aber dafür dass wir so viel weniger seite ob jetzt das scheiß diga hier spielen dominieren wir ganz schön würde ich sagen scheiß statt ich habe gerade richtung ist ein abstaubein hier und was tot war da hätte ich ziemlich tüten lassen sollte oder was ich bin weggekommen oder so wie das war der schild vier abschlussserie erzeugt gleich kein live wer und ich bin so gut wie tot weiter hey warum ballern die mich schon wieder ab exhalia scheiß es kommt schrot alter das ist einfach so pi ey ehrlich alter bin ich da nein 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 das gleich denke ich mir auch gerade nur weil wir scheinen auch klappen er hat diese scheiß jahr war fach alle das heißt gibt erbster und dann kommt so ein Hurensohn von oben mit seiner scheiß besser genug mich die r5 abschüsse erhe und rief der oben auf dem dach der regt auf ja auch geht es ja nur wieder auf mich hey ist doch scheiße man die verlagten zwar wieder alle gehen auf ordner fach ordner alle doch scheiße man wieder das muss ich jetzt machen zehn pflanzen mit täglich sprüttet einer sitze betreffend so wird es sich tötet das ist ja schon mal anfangen die Sonneblume da hätten wir es echt wissen die Sonneblume da hätten wir es echt wissen hey ich bin so gut die Tod diese scheiß Sonneblume man sie jagt mich 5 HP und scheiß gespawnt hat zwar wieder die gartheit nicht mehr ich bin so gut ob ich es nicht mehr ich bin so gut seit ich hätte gibt er doch bekommen ja zumindest hier gut da kann ich den der ober kriege ich ehrlich brauche ich gar nicht probieren okay ich muss mich jetzt aber ein bisschen mehr abfeiert ich brauche doch diese jubel dings ist da tötungen amano vorlagen von einer laser bode deziviert worden ja mysteriöse energie vom arsch der welt einer er hat die warte aus der stelle schützt sie wie es ist die für die sniper wo es hat die wir untergeholt als der kaktus droht da fichte ich gut mit dem was ich sagen dachte ich dass das schwerer geht heilig ansehele ich sehe ich muss sie schnell haben für die ganze zeit im scheiß dachgammeln oder feuer sind die größten die jahre schon tot bin aber einfach alle auf mich ballert aber alle auf mich ballern alle so wieder zwei stöcke im täglich getroffen die muss ich jetzt auch beide doch kill der westen die aber gegen zwei sonnenblumen im lager und kannst du vergessen mit dem typen kannst du echt vergessen die teckel zwei sonnenblumen auf seite die halte die seite schneller hoch wie ich schadenbach sie schon wieder auf mich ballert nur auf mich er ist kürzen alle irgendwie es der hat was aber ich finde irgendwie erst trotzdem wird schüttlich beschiss da ist ich weiß ich habe ich mit dem anderen jetzt hier besser gewesen wäre ich denke es aber fast hey wie ein wahl auf mich baller ist doch kotzen so wieder ein mitgenommen aus dem garten ich komme nicht mal durch alter ich werde immer gekillt davor ich glaube alle wollen auch nicht über die straße straße selbstmordkommando ja so dreier killstreak gemacht so es hat scheinbar gereicht für den garten oder oder immer hinter mir hat auch ko 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 capture doch die als guter beiseinschlag okay der garten hat sie erst mal erledigt glaube ich ja der ist nicht gestorben ich kriege oder rat der wichser kommt jolo hier haben man wieder auf mich so wie der kick ist weg so vorstehen wie krupp er leute ihr könnt uns auch mal wieder eure Prozent und challenges in die Kommentare schreiben weil die jetzt gerade eben haben wir es ja selbst ausgedacht und wenn ihr sagte was war das jetzt für ein schrott ist ja die ganze Zeit nur gestorben schreibt uns doch selber mal wieder nicht natürlich wo aus der laster ganz viel solar strahl ganz viel anderes zeug was aber macht und ich habe sie weggeholt und kann schon den hier kriege ich auch noch seit der kriege ich nicht da kann von hinten noch ein bisschen wer hat auch heute flamme impuls der blube der wicke aber nicht mehr leuchte und mich fünf sachen abbann leucht soll das eine hektische haus jetzt reicht sie what the fuck riesen Häuser noch und 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 die 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 sind die 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 es ist es ist ja schon mal praktisch ein tp zu haben eigentlich aber der Schaden ist schon oh natürlich warum baller der wieder auf mich natürlich ich brauche der Merik verdammte kacke scheiße 35 HP hier und da kommt der Schnaps er hat wieder mich natürlich wieder mich alter fick dich doch alter meine fresse alter ok jetzt täckel ich da rein würde ich sage oder der ich heute auch der Kanone weg scheiße das Bullshit alter kotzen wieder her wo du op-klasse da hinten what the fuck ihr scheiß gifte alter nein ich weiß nicht das gift soll ich weiß denn ihre scheiß sniper die sie alle auf haus steht haben paar jahre kaktäne dazu doch ein paar erbsen schalldämpfer was ist euch mal ein scheiß mien alter ja komm es ist geboten wir haben es gewartet obwohl wir scheiße war da ja so scheiße weil ich glaube ich gar nicht das sehen wir zugleich in der liste das hat sich christoph ja ich habe meinen vorlagen spaß bei kd war eigentlich scheiße meiner meinung nach als pvz bin ich eigentlich besser ja okay ist jetzt 17.000 fucking witzlich war gut okay ich halte die fresse 17.000 leute 40 kill du brauchst dich mit einer 30 aber auch nicht beschwert scheinbar gar nicht mal so schlecht und wir sehen uns das nächste mal servus und ciao scheiße tschüss und 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 Untertitelung. BR 2018